Okay. Ja, hallo. Wir sind wieder auf der Chaos-Trawler-Bühne. Der nächste Beitrag kommt von Tobias von der Poliklinik. Der Titel ist Gesundheit ist eine soziale Frage. Interdisziplinäre Primärversorgung und Prävention in der Poliklinik Vettel. Viel Spaß bei der interessanten Stunde hier. Ja, hallo. Ich grüße euch und freue mich, dass ihr Lust habt auf den Vortrag. Ich möchte euch ein bisschen erzählen über das Gesundheitsverständnis und das Versorgungskonzept der Poliklinik Vettel. Mein Name ist Tobias Filmer. Ich bin seit vielleicht fünf Jahren im Kollektiv der Poliklinik und bin aktuell Koordinator der multiprofessionellen Zusammenarbeit und mache so ein bisschen psychologische Beratung und noch ganz viel anderen Krams. Genau. Und werdet euch jetzt so ein bisschen unsere Idee der Poliklinik vorstellen. Ganz kurz zur Übersicht. Also am Anfang möchte ich so ein bisschen erzählen, was so unsere Grundidee ist und wie die Gruppe entstanden ist, um dann zu beschreiben, was wir aktuell so machen und dann am Ende nochmal ein bisschen darauf eingehen, was wir uns so wünschen, was so ein Ausblick ist und wo es mittel- und langfristig aus unserer Sicht oder nach unseren Wünschen hingehen sollte. Genau. So ein theoretischer Orientierungspunkt und vielleicht schon auch so ein hauptsächlicher Orientierungspunkt eben theoretisch, was unsere Arbeit und unsere Ausrichtung angeht, ist die Ottawa Charter aus den 80er Jahren, wo eigentlich erstmalig von der Weltgesundheitsorganisation klar formuliert wurde, dass Lebensbedingungen einen sehr großen Einfluss auf den relativen Gesundheitszustand von Menschen hat oder haben. Also dass Gesundheit dadurch entsteht, dass Menschen Kontrolle über ihre Lebensumstände ausüben können und dass eben Bedingungen geboten sind, die Gesundheit ermöglichen. Und diese Bedingungen und diese Lebensumstände, die werden auch häufig als soziale Determinanten von Gesundheit beschrieben. Darauf gehe ich gleich auch nochmal kurz ein am Beispiel von Hamburg. Und die relative Qualität dieser Bedingungen oder dieser sozialen Determinanten, die ist aus unserer Sicht ganz offensichtlich sehr ungleich verteilt. Also so Dinge wie Wohnverhältnisse, Arbeitsbedingungen, das Erleben von Diskriminierung. Da gibt es sehr große Unterschiede, in welchen Verhältnissen Menschen leben. Und daraus anschließend gibt es eben unserer Meinung nach eine sehr ungleiche Verteilung von Gesundheit. Und das ist auch letztendlich der Ursprung des Polyklinik-Kollektivs und der ganzen Idee. Da haben sich Menschen aus dem Medibürokontext und dem Verein Demokratischer Ärzte und Ärztinnen zusammengeschlossen, um sozusagen eine Kritik an dieser bestehenden Ungleichheit zu üben. Und gleichzeitig aber auch ein Modell auszuprobieren und vorzuschlagen und auch vorzumachen, was ihrer, unserer und auch meiner Meinung nach dem Ganzen besser begegnet. Und da eine viel bessere Alternative zu dienen bietet, was aktuell so stattfindet. Und Vorbilder sind da wohl auf jeden Fall die Polykliniken der DDR. Deswegen auch der Name ist so eine kleine Hommage. Und es gab so Praxiskollektive in den 70ern auch, die diese Idee so ein bisschen als Grundsatz hatten. Und jetzt aktuell, würde ich sagen, kann man sowas am ehesten so in Kanada beobachten. Da gibt es diese Community Health Center, die dieser Idee schon sehr nahe kommen. Jetzt will ich kurz nochmal auf diese sozialen Diätaminanten eingehen. Und zwar am Beispiel für Hamburg. Da gab es 2013, das ist schon ein bisschen her, aber aktuellere Zahlen, was diesen Morbiditätsatlas angeht, die gibt es leider noch nicht. Da wurde für verschiedene Krankheitsindizee geguckt, wie in einzelnen Stadtteilen die relative Krankheitsdichte der dort lebenden Menschen ist. Und was dort auffällt, ist, dass in Stadtteilen, die sozioökonomisch schwächer aufgestellt sind und wo die relative Qualität der sozialen Determinanten nicht so gut ist, dass dort der relative Krankheitsindex sehr hoch ist. Und zwar für die unterschiedlichsten Krankheitsindizes, also sowohl im Kinder- und Jugendlichenalter, im Erwachsenenalter, was allgemeine Erkrankungen angeht, wie so Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder ähnliches, aber auch für psychologische Erkrankungen. Und da findet sich immer, wie ihr jetzt sehen könnt, hier in der PowerPoint so dasselbe Bild, dass eigentlich in den Stadtteilen, die eben, würde ich sagen, eher vulnerable sind, dass da eben die relative Krankheitsdichte sehr hoch ist. Hier sieht man das nochmal für die allgemeine Krankheitsdichte von Patientinnen unter 18 Jahren, nee, über 18, entschuldigt. Genau, und da gibt es jetzt auch ganz aktuell in Zeiten von Corona auch Zahlen, die das wiederbelegen, die diese Sicht auf die Dinge ganz eindeutig stützt. Und zwar hat jetzt im November eine Anfrage der Linken dann gezeigt, dass die Behandlungsrate auf Normalstation und auf Intensivstation und auch die Sterberate in Wilhelmsburg und auf der Veddel das Dreifache vom Hamburger Durchschnitt beträgt. Das heißt, wenn man es jetzt auch noch zu besser gestellten Stadtteilen vergleichen würde, ist es wahrscheinlich vier, fünf oder noch, das vier, fünf oder noch höherfache. Aber das sind ganz aktuelle Zahlen jetzt aus diesem Jahr. Also wie gesagt, im November gab es diese Anfrage und wir finden, das stützt ganz eindeutig diese Meinung, dass Lebensverhältnisse einen direkten Einfluss darauf haben, wie gesund Menschen sein können und sind. Und letztendlich sogar sich auf die Lebenserwartung auswirkt oder auswirken. Die Ausgangsfrage, die sich da dann so ein bisschen daraus stellt, ist, die wurde von Michael Marmot vor einigen Jahren schon mal formuliert. Und zwar, warum man Menschen eigentlich behandelt. Also wir würden wahrscheinlich, oder wir würden eigentlich lieber von Versorgung sprechen, aber warum man Menschen eigentlich behandelt und sie dann in die Verhältnisse zurückschickt, die sie krank gemacht haben. Und so ein bisschen implizit die Frage oder vielmehr der Appell, dass es eigentlich darum geht, auf diese Verhältnisse zu schauen und da anzusetzen. Und daraus leitet sich dann so ein bisschen das ab, was wir tun und versuchen zu tun und denken, was getan werden sollte. Und damit komme ich dann so ein bisschen auf unsere Arbeit und was aktuell stattfindet. Also wir denken, dass sich sozusagen aus diesen Überlegungen und auch Fakten, wie wir jetzt gesehen haben, eigentlich zwei Dinge ergeben. Und zwar, dass Prävention und zwar da schon mit einer Gewichtung auf Verhältnisprävention und Versorgung und zwar interdisziplinäre Versorgung an einem Ort in einer Hand gemeinsam gedacht werden soll und gemeinsam stattfinden muss. Um dann so eben am besten irgendwie an diesen Ungleichverteilungen irgendwie angreifen zu können, was eben die Lebensbedingungen angeht, aber auch was den relativen Gesundheitszustand angeht. Und gerade eben bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen ist es aus unserer Sicht unglaublich wichtig, diesen beiden Dingen gemeinsam zu denken und das wirklich aus einer Hand anzubieten. Und jetzt nachfolgend will ich einmal einen kleinen Film zeigen, den wir in der Poliklinik gemacht haben, wo wir so unser Präventionsverständnis so ein bisschen anschaulicher darstellen wollen. Und wird dann danach noch mal ein bisschen mit weiteren Folien zeigen, welche Art von Präventionsprojekten wir schon so machen konnten und wie genau unsere Versorgung, also diese interdisziplinäre Versorgung in der Poliklinik aktuell aussieht. Jetzt erstmal viel Spaß bei dem Film. Der geht jetzt los. Was wir in der Poliklinik unter Prävention verstehen. Prävention. Was bedeutet das eigentlich genau? Wenn du Prävention in einem Lexikon nachschlägst oder im Internet danach suchst, findest du Erklärungen wie Prävention bezeichnet Maßnahmen zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen könnten, wenn nichts getan würde. Aha. Prävention bedeutet also ungefähr das Gleiche wie Vorbeugung. Wir von der Poliklinik interessieren uns dabei ganz besonders für die Vorbeugung von Krankheit, was mittlerweile auch häufig Gesundheitsfür- oder Gesundheitsvorsorge genannt wird. Was ist denn alles wichtig und hilfreich, um Krankheit vorzubeugen bzw. um dafür zu sorgen, dass ein Mensch gesund bleibt? Einige Sachen fallen den meisten wahrscheinlich schnell ein. Zum Beispiel gute Ernährung, viel Bewegung oder auch wenig Stress. All solche Dinge zur Vorbeugung von Krankheit werden auch Verhaltensprävention genannt. Verhaltensprävention will Krankheit durch richtiges Verhalten vorbeugen. Sie ist das, was heutzutage in unserer Gesellschaft meistens unter Prävention verstanden und als solche angepriesen wird. Jede und jeder Einzelne ist also in der Verantwortung und soll Expertin und Experte für die eigene Gesundheit und das richtige Verhalten sein. Es gibt aber auch noch ein anderes Verständnis von Prävention, also davon, wie wir Krankheit vorbeugen können. Das Ganze klingt recht ähnlich und meint aber tatsächlich etwas ganz anderes, nämlich Verhältnisprävention. Als eine erste Erklärung dafür, was denn nun wieder Verhältnisprävention ist, hier eine Aussage, bei der wohl auch die meisten Menschen zustimmen werden, nämlich Armut macht krank. Was so viel bedeutet wie, wer in ärmeren Verhältnissen lebt, wird schneller und häufiger krank. Es gibt für viele Großstädte auf der Welt Zahlen, die genau das zeigen. Menschen in verschiedenen Stadtteilen haben eine unterschiedliche Lebenserwartung. Teilweise bis zu zehn Jahren und mehr. Diese unterschiedliche Lebenserwartung ist also einfach nur abhängig davon, wo und in welchen Verhältnissen Mensch lebt. Für Hamburg sieht das übrigens so aus. Was zählt denn nun aber alles zu den Verhältnissen, in denen wir leben? Da gibt es zum Beispiel die Verhältnisse, in denen wir wohnen, die Verhältnisse, in denen wir arbeiten, aber zum Beispiel auch die Frage, wie viel Geld wir zum Leben zur Verfügung haben oder ob wir uns diskriminiert und ausgegrenzt fühlen. All diese und noch andere Lebensverhältnisse bestimmen also sehr stark, wie gesund oder krank wir sind bzw. sein können. Und sie sind leider nicht gleich verteilt, wie wir eben gesehen haben. Zum Zusammenhang von Lebensverhältnissen und Gesundheit forscht die Weltgesundheitsorganisation seit vielen Jahren. Einer, der von Anfang an mit dabei ist und sich mit die meisten Gedanken dazu gemacht hat, fragte mit Blick auf die Ergebnisse einmal, warum Menschen behandeln und sie dann in die Verhältnisse zurückschicken, die sie krank gemacht haben. Seiner Meinung nach müssen wir also wohl die Verhältnisse ändern, um besser gesund sein zu können. Und genau das wird eben Verhältnisprävention genannt. Verhältnisprävention zu machen würde unter anderem bedeuten, dass das Thema Gesundheit bei allen politischen Entscheidungen mitgedacht und berücksichtigt wird. Es würden gemeinsam Verhältnisse geschaffen, in denen wir dann alle gut und gesund leben können. Eine solche Forderung hat übrigens die EU 2006 bereits formuliert. Das dazugehörige Konzept heißt Health in all policies, kurz HIAB. Und hier findest du es. Leider wird es bislang noch bei weitem nicht ausreichend umgesetzt. Individuelles Verhalten und die jeweiligen Lebensverhältnisse sind selbstverständlich nicht getrennt voneinander zu sehen. Wir von der Polyklinik meinen dazu, das Verhalten jedoch meist vor dem Hintergrund der Verhältnisse passiert und sind ebenso wie die Weltgesundheitsorganisation davon überzeugt, dass die Verhältnisse, in denen wir leben, den größeren Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Darum wollen wir in unserem Stadtteil-Gesundheitszentrum auch nicht nur ambulante Versorgung leisten, sondern auch eng mit dem Stadtteil zusammenarbeiten. Wir organisieren solidarische Angebote, versuchen zu erfahren, welche Verhältnisse für die Menschen vor Ort wichtig sind, entwickeln entsprechende Präventionsprojekte und führen sie gemeinsam durch. Wir von der Polyklinik sagen, unsere Lebensverhältnisse haben einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Darum muss Gesundheitsvorsorge oder Prävention auch genau dort ansetzen. An den Verhältnissen. Gesundheit muss also in allen politischen Entscheidungen berücksichtigt werden. Gesundheit ist politisch. Auch wenn die momentanen Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft die bestehenden Verhältnisse eher aufrechterhalten, sind sie doch menschengemacht und können verändert werden. Lasst uns die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Genau, soviel zum Film. Jetzt nachfolgend würde ich euch gerne dann so ein bisschen davon erzählen, was wir jetzt konkret in der Polyklinik machen und wie wir zum einen versuchen, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, was natürlich ein sehr hoher Anspruch ist und dem wir bei Weitem noch nicht gerecht werden und wie wir eben Versorgung leisten. Das Erste ist bei uns die Gemeinwesenarbeit. Also wir vertreten ganz klar den Standpunkt, dass Gemeinwesenarbeit Gesundheitsarbeit ist und sozusagen die Art von Verhältnisprävention ist, wie wir sie auf der Ebene, auf der wir agieren, leisten können. Also auf Stadtteilebene mit Kontakt zu den Menschen, zu den Bewohnerinnen, in unserem Fall jetzt von der VEDL. Und da ist sozusagen die Idee, dass die Gemeinwesenarbeit auf professioneller Ebene eine Beziehung aufbaut zu den Menschen und schaut, welche Themen, welche Determinanten, um den Begriff nochmal irgendwie aufzugreifen, sind hier eigentlich von Belang. Also wo gibt es Themen, die oben aufliegen, die irgendwie den Menschen Stress bereiten, die Druck machen, und die sozusagen Einfluss ausüben, Einfluss nehmen auf das Leben der Anwohnerin. Und wenn dann diese Themen oder auch Bedarfe identifiziert sind, dann zu gucken, dass die Menschen eben darin unterstützt werden, durch uns, durch die Gemeinwesenarbeit, sich dazu zu organisieren und letztendlich zu kollektivieren. Also zu Themen zusammenzufinden, eine AG zu gründen, irgendwie Treffen abzuhalten und diese Anliegen irgendwie gemeinsam vorzubringen. Letztendlich, um tatsächlich eine machtvollere Position einfach einzunehmen, um sie dann auch kommunizieren zu können und vortragen zu können an die richtigen Stellen, um im Idealfall eben da dann für Veränderungen zu sorgen. Und das ist sozusagen die Form, wie wir denken, wie Verhältnisprävention eben auf Stadtteilebene, auf Versorgerinnenebene passieren kann. Und ihr seht hier so ein paar ausgewählte Projekte, die jetzt in den vier Jahren, in denen es uns jetzt gibt, stattgefunden haben. Dinge, die aktuell noch laufen, wie zum Beispiel die Warmwasserblock AG. Also es ging dann um Dinge wie zum Beispiel den Schimmelbefall auf der Vettel oder um einen drohenden Abriss von diesem Warmwasserblock, wo sich dann eben AGs gegründet haben, die so ein bisschen infrastrukturell unterstützt wurden von uns und wo dann diese AG-Struktur durch unsere GWA-Mitarbeiterin aufgebaut wurde und die Menschen letztendlich darin begleitet wurden und auch so ein bisschen empowert wurden, ihr Anliegen da vorzutragen. Und im Falle des Warmwasserblocks zum Beispiel konnte auch dann der Abriss tatsächlich verhindert werden und da wird jetzt saniert. Und natürlich, Corona bietet natürlich auch einen sehr dringenden Anlass irgendwie da, so auf Stadttelebene aktiv zu werden. Und da haben wir jetzt halt so einen Infotisch, wo wir zum Beispiel in der Schule oder an anderen Orten eben mobil unterwegs sind und Aufklärungsarbeit leisten und Fragen beantworten und so weiter. Das wäre so die Seite der Präventionsarbeit. Jetzt auch Seiten der Versorgung, da ist es, wie gesagt, aus unserer Sicht grundsätzlich sehr wichtig und entschieden besser und gerade aber auch so bei vulnerablen Bevölkerungsgruppen und Stadtteilen oder auch Gegenden, wo es vielleicht eher ein bisschen prekärer ist, die Lebensbedingungen, dass man vielseitig und ganzheitlich versorgt. Und das ist eben diese Interdisziplinarität, also dass verschiedene Gesundheitsberufe Versorgung unter einem Dach anbieten und aus einer Hand. Und bei uns in der Polyklinik sind das aktuell fünf Fachbereiche. Ihr seht hier die Sozialberatung, Praxis, psychologische Beratung, die CRN ist die sogenannte Community Health Nurse, also eine Art Gemeindeschwester und dann eben noch die Hebamme. Und was wir aktuell tun, also miteinander im Team, ist, dass wir uns regelmäßig treffen und eben interdisziplinäre oder multipositionelle Teamsitzungen abhalten, dass wir Fallkonferenzen in der Form abhalten zu einzelnen Klientinnen. Es gibt die sogenannte Nutzerin-Sprechstunde, das ist letztendlich eine Versorgungsplanung, wo die Person, um die es geht, also der Patient oder die Patientin mit anwesend ist und sozusagen selber aufgefordert oder eingeladen ist, mitzugestalten die Versorgung. Und wir versuchen uns natürlich regelmäßig fort- und weiterzubilden bei dem Thema. Was noch so unser Wunsch ist, was es geben sollte, was uns aktuell noch nicht so gut gelingt, ist auch einen Anamnesebogen zu realisieren, in der dieses interdisziplinäre Denken, diese Form der Versorgung abbildet. Das haben wir schon mal eine angefangene Zeit lang und dann wurde aber deutlich, dass so die spätere Nutzbarkeit irgendwie noch nicht so gegeben ist. Da fehlt es noch so ein bisschen an so einer Entwicklung und eine Sache, auf die ich ganz zum Schluss noch mal zu sprechen kommen möchte, gerade in diesem Rahmen, ist sozusagen das Ziel einer interdisziplinären Software, die unsere Arbeit abbildet und unterstützt. Genau, dann wollte ich noch mal ganz kurz ein paar Zahlen in den Raum schmeißen, vielleicht für so ein Gefühl auch noch mal. Also auf der Vettel leben so knapp 5000 Menschen und bis wir kamen, gab es eine Allgemeinarztpraxis und sonst tatsächlich keine versorgenden Einrichtungen, also was jetzt so ärztlich, medizinische oder beratende Stellen angeht. Und mittlerweile ist es so, zu uns kommen ungefähr 1000 Kassenpatientinnen pro Quartal in die Praxis. Das heißt jetzt nicht, dass es 1000 Kontakte sind, sondern 1000 verschiedene Personen. Von denen können Einzelne auch 5-6 Mal kommen im Quartal. Und zudem kommen dann noch einige nicht versicherte Menschen zu uns und werden versorgt. In die Sozialberatung 30 Personen pro Monat, psychologische Beratung knapp 50 pro Monat. Und unsere Hebamme, die jetzt in diesem Jahr angefangen hat, ist ad hoc bis Februar 2021 schon ausgebucht mit dem, was sie leisten kann, mit den sechs Wochenbettbetreuung pro Monat. Und die Pflege, also die Community Health Nurse, die hat bislang einzelne Klientinnen und das ist so ein Modellprojekt bei uns, also wirklich so Pioniersarbeit bundesweit. Und da ist, findet gerade Versorgung und Konzeptualisierung und Forschung alles so zeitgleich in einem statt. Also da ist sozusagen jetzt die konkrete Versorgungsarbeit nicht reiner Schwerpunkt und gerade so im Aufbau begriffen. Was wir so als Herausforderung in der Arbeit alltäglich erleben, sind so datenschutzrechtliche Anforderungen, einfach weil wir mit verschiedenen Gesundheitsberufen an einem Ort arbeiten. und darüber hinaus eben eine gemeinsame Sprache zu finden. Also wenn man teilweise, weiß nicht, Ärztinnen mit Sozialberaterinnen, mit Menschen aus der Gemeinwesenarbeit, mit der Hebamme sprechen, dann das sind verschiedene Blickweisen, das sind verschiedene Sprechweisen. Und die irgendwie da immer wieder zueinander zu finden, auf gemeinsamen Ländern zu finden, das ist definitiv eine Herausforderung, die irgendwie ein bisschen geringer wird, aber doch auf jeden Fall noch spürbar ist. Und was da auf jeden Fall auch mit drin steckt, was uns auch ein sehr großes Anliegen ist, das zu überwinden, sind halt so diese historisch gewachsenen Spaltungen zwischen den Gesundheitsberufen. Und ich meine, wir haben alle, auch jetzt, die wir jetzt in der Polyklinik arbeiten, sind so durch Uni, Ausbildung und andere Lehrjahre gegangen und sind schon in diese gewohnten Hierarchien und so weiter so ein bisschen reingeschult worden. Und das spüren wir schon auch. Und das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung, da immer wieder von wegzugehen und Verantwortungshierarchien abzubauen und da irgendwie einen neuen Weg zu gehen. Und so rein strukturell ist es auf jeden Fall unglaublich herausfordernd für unser Versorgungsmodell, eine geeignete Finanzierung aufzutun, was unter anderem daran liegt, dass es noch keinen gesetzlichen Rahmen gibt eigentlich, der so das abbildet oder möglich macht, was wir uns wünschen, also die Form der Versorgung. Und wo es um Geld geht, geht es auch dann immer gleich mit um Zeit. Also das ist sozusagen die Versorgungsform, wie wir sie uns wünschen und auch wie wir sie leben, würde ich sagen, braucht auf jeden Fall auch Zeit. Und trotz dieser Herausforderung machen wir das aber unbedingt und werden es weitermachen. Und ich will auch sehr dafür werben, weil es echt total viel Spaß macht und sich einfach gut anfühlt auf Versorgerinnen-Seite auch, weil diese Form der Arbeit und Versorgung einfach dazu führt, dass Menschen für sie sehr gut zugänglich und sehr niedrigschwellig, würde ich sagen, eine ganzheitliche Hilfe erhalten. Und zwar einfach dadurch, dass all diese Angebote, also die Gemeinwesenarbeit, die interdisziplinäre Arbeit mit den verschiedenen Gesundheitsberufen, das findet alles unter einem Dach statt. Das ist alles ein Ort, wir sind ein Kollektiv und die Menschen spüren das. Und da findet so ein Vertrauensvorschuss statt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der psychologischen Beratung irgendwie in die Sozialberatung vermittel, dann hat das einfach eine sehr hohe Aussicht auf Erfolg, dass die Person dort ankommt. Und das ist etwas, was so in der regulären Versorgungslandschaft leider nicht so normal ist, dass diese Wege geschafft werden. Und ich würde sagen, diese hohe interne Vermittlungserfolgsrate, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil unseres Konzepts und der Form, wie wir arbeiten. Und auf jeden Fall liegt ein Riesenvorteil darin, dass wir halt institutionalisiert, interdisziplinär gucken und denken und Fälle dementsprechend planen und besprechen, weil es eben einfach diese ganzheitliche Hilfe dann darstellt und Hilfen weniger lückenhaft sind und weniger Doppelanamnesen passieren, weniger parallel das Gleiche gemacht wird, ohne sich abzusprechen. Und dieser stetige Austausch eben auch über Disziplin hinweg sorgt einfach ganz klar für eine Qualitätssicherung und auch eine Qualitätssteigerung. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sehr dafür Werbung machen und finde, dass es, wie gesagt, gerade auch als Versorger unglaublich viel Spaß macht und gut tut, in der Form zu arbeiten. Und dass diese Vorteile auch ankommen bei unseren Patienten und Klientinnen, das kriegen wir bislang, können wir leider noch nicht zahlenmäßig abbilden, aber wir kriegen es auf jeden Fall auch rückgemeldet. Das ist auch was, was wirklich den Patienten und Klientinnen auffällt, dass das anders ist und dass sie es gut finden. Genau, ich würde ganz zum Schluss noch mal kurz so ein bisschen erzählen, was wir uns so wünschen und wo wir gerne hin würden. Das ist zum einen, was ich ja eigentlich schon anfänglich auch geschildert habe, dass so das Thema Gesundheit einfach politisiert wird. Also dass deutlich wird, dass sozusagen Verhältnisse einen hohen Einfluss darauf haben, wie krank oder gesund man ist und dass sozusagen die Gesundheitsarbeiterinnen, die das jeden Tag erleben, letztendlich da mehr Gehör erhalten und dadurch dann am Ende auf das, was ja anfänglich auch so ein bisschen beschrieben wurde, diesen Aspekt der Verhältnisprävention, dass da einfach eine stärkere Gewichtung drauf stattfindet. Und das bedeutet eben, wie gesagt, auch für uns, auf unserer Einfluss-Ebene, dass wir die Menschen organisieren wollen, empowern wollen und sie dabei unterstützen wollen, ihre Anliegen sozusagen kennenzulernen, zu verbalisieren und dann an den richtigen Stellen vorzutragen und irgendwie letztendlich da für Veränderungen sorgen zu können. Und wir wollen, wie gesagt, weg von jeglicher Form der Hierarchisierung zwischen Gesundheitsberufen. Das halten wir für sehr wichtig, um da so eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zu bewirken und sehen es auf jeden Fall als so ein mittel- und langfristiges Ziel, dass diese Form der Versorgung sich etabliert und ausweitet. Also dass es im Idealfall bundesweit einfach Gesundheitszentren gibt, die in dieser Form arbeiten. Und etwas, was dafür natürlich sehr von Vorteil wäre, ist es, wenn sich da entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen ergeben würden. Das sind so Dinge, für die wir einstehen und für die wir uns auch auf Bundesebene jetzt so seit diesem Jahr als Syndikat organisieren. Das soll nochmal diese Folie kurz zeigen, wo wir dann so eine Art Mindeststandard entwickelt und geschrieben haben oder für Stadtteilgesundheitszentren, wo wir so ein bisschen unsere Idee von Versorgung formulieren und das so ein bisschen wie so eine Handreichung für andere Gruppen, Gemeinden, Stadtteile oder so zur Verfügung halten, die Lust haben, in dieser Form zu arbeiten und zu versorgen. Genau, jetzt hatte ich schon angekündigt, so die letzte Folie und ein letztes Anliegen oder eine große Herausforderung auch, der wir uns so gegenüber sehen und letztendlich auch andere Zentren, die so arbeiten, wie wir, die so arbeiten wollen, wie wir das auch ähnlich formulieren, ist eine fehlende Software, eine fehlende digitale Lösung. Diese Form der Arbeit und diese Form der interdisziplinären Versorgung zu unterstützen und abzubilden. Also das betrifft ebenso die Aspekte der Kommunikation untereinander, der Dokumentation, dann der Abrechnung und, was wir uns sehr wünschen, auch der Partizipation, also dass Patient und Klientin die Möglichkeit haben, teilweise Einsicht auch zu erhalten in ihrer Akte. Und genau, da gibt es gerade so ein paar Bestrebungen, irgendwie Finanzierung aufzutun, zum Beispiel auch zum Prototype Fund. Und da werden wir, also würde ich mich ganz persönlich oder wir uns total über Unterstützung freuen. Und wenn da in irgendeiner Form jetzt gerade Interesse entstanden ist, kommt unbedingt auf uns zu. Und dann können wir schauen, ob da vielleicht irgendwie gemeinsam ein Weg gegangen werden kann. Also es ist auf jeden Fall was, wo wir sehr stark überzeugt sind, dass sozusagen so eine Software unsere Arbeit nochmal ganz klar voranbringen würde und glaube ich auch die Etablierung dieser Versorgungsform auf jeden Fall voranbringen würde. Und das war es soweit von mir. Wenn ihr noch Fragen habt, können wir uns jetzt gleich ja noch live treffen, wahrscheinlich aus meinem alten Kinderzimmer. Und ich würde mich sehr freuen. Danke schon mal für euer Interesse und bis gleich vielleicht. Tschüss. 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 Vielen Dank.